Hallo und Willkommen zurück zu Let's Play Some Saints Row 3. Äh, was ist das für ein Laden hier? Genau, Friendly Fire. Haha, wie ihr seht, neues Outfit. Ja, so. Genau, wir haben Simos angerufen. Der steckte da irgendwie in einer Klemme oder so, keine Ahnung. Ich hab's nicht richtig verstanden, aber auf jeden Fall hat uns eine der DeWinter-Schwestern angerufen. Oder besser gesagt, die Einzige, die noch da ist, ja. Denn die andere wurde ja von diesem Killbane so ein bisschen kaputt gemacht, ne? Habt ihr ja gesehen. Hoffe ich doch. Naja. Bums, sorry. Ich darf das. Ich bin hier im öffentlichen Dienst. Hier im Dienst für die Gesundheit und die Sicherheit. Ihr könnt mich alle mal. Was ist da? Red, Red, Lights, Blood. Was? Burlesque. Women of the Night. Geht's echt nur um das eine hier? Ich hab den Eindruck, Mann. Ha. Ja. Ich meine, ist das in GTA? GTA? Sorry. GTA? GTA? Beziehungsweise, wie heißt das andere Spiel, was so ähnlich ist? So, dass das GTA der Asiaten hier... Äh, Sleeping Dogs. Ist das genauso schlimm, oder was? Ich meine, nicht wegen der Brutalität. Ich meine, wegen der Titten-Aller. Ja, Mann. Hier kriegst du ja die Dinger um die Ohren geknallt, links und rechts, an jeder Ecke. Nicht nur beim eigenen Charakter, der fängt's ja schon an, sondern auch die Missionen hier. Das ist echt der Hammer. Naja. Aber das Niveau, das ist hier schon längst davon gefahren und hat die Stadt verlassen. Quietsch, was ist das hier? First. Fist, was? Fist? Nee. Äh. Ich hab's doch gesagt. Tits. Da steht's sogar als Leuchtreklame. Ihr wollt mich doch verarschen. Tits and Grits. Was ist das? Ach, kann ich gar nicht rein. Schade. Ja. Sehr, sehr genial. Hm? Ein Brüste- und Pfannkuchen, oder? Irgendwie so. Oh, Mann. Ich fahr schon wieder auf der falschen Spur hier. Seht ihr mal, wo mich das hinführt hier, dieses... Dieses verrückte Spiel. Du wirst so sagen. Fast zwei Kilometer haben wir noch vor uns. Ja, das reißen wir hier ganz lässig runter. Mit dem Krankenwagen. Fahren wir Bleifuß. Ashwood Explored. Okay. Ich war hier noch nicht. Natürlich war ich hier schon, oder? Was mich immer irritiert ist, dass der Pfeil da immer weiter links im Bild verschwindet. Äh. Aber mein GPS mir sagt, ich soll weiter geradeaus fahren. Ja. Ein bisschen merkwürdig. Aber gut. Der wird schon wissen, wo er mich hinführt. Zum Glück wenig Gegenverkehr heute. Könnte sonst... Zu Sachschaden an Fahrzeugen führen. Quietsch. Ach. Kurve nicht gekriegt. Ah, verdammt. Egal. Keine Polizei in der Nähe. Doch, da vorne. Haha. Scheiße. Ich darf meinen Maul nicht so aufreißen. So. Hier? Nee. Hier noch nicht. Aber da vorne. Hä? Wieso soll ich denn da rechts rumfahren? Verstehe ich gar nicht. Ich darf jetzt hier nicht die Leute überfahren. Sonst wird der Bulle aussteigen und auf mich schießen. Aber ich kann noch hier die Abkürzung fahren. Guck mal. Hier. Oder nicht? Genau. Wieso soll ich denn da hinten rum? Das ist doch völliger Quatsch. Guck. Und niemand wird hier einen Saint vermuten, der sich hier reinschleicht. Und hier ganz Guerilla-Sam-Fischer-mäßig infiltriere ich hier das Hafengelände. So, und jetzt? Aha. Muss ich wohl zu Fuß hier irgendwie. Hinter die Dixis. So. Mal gucken. Wow. Hä? Hä? Genau. So, er gibt dem Penner das Fernglas, um sich die Bitches auf dem Boot anzugucken, oder? A, coole Pose. B, cooler Ausschnitt, coole Aussicht. Ja, egal. Dann geben wir mal Gas hier. So. Und crashen die Party. Get to cargo ship. Genau. Ach, die haben mir schon so links und rechts eine Stelling ausgefahren. Als wenn die gewusst hätten, dass wir kommen. Egal, ich will mal aussteigen hier. Oh. Buck. Klatsch. So, ist mir egal, dass wir mal gerade hier raufgebackt sind. Ich bin nur froh, dass wir nicht im Wasser gelandet sind. So. Open Container. Na, was geht hier drin ab? Oh. Keine Huren. Aber Waffen. Granaten. Guck mal. Ach ja, apropos Granaten. Ich habe beim letzten Mal vergessen. Also, ich habe zwar gesagt, ich will gucken, wie das mit den Granaten funktioniert. Sonst hätte ich hier auch gerne mal einen Molotow Cocktail geworfen oder so. Aber. Äh. Ja, ich habe es vergessen. Tut mir leid. Haha. Aber ist nicht schlimm, oder? Einfache Granaten tun es hier auch. Auf dem Hobot. Ha. Blatsch. Ich kann hier eine Waffe wechseln? Dann mache ich das mal, oder? Kuh, 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 was? Nee, auf Simos will ich nicht schießen. Aber dann bin ich ja die Waffe los. Das ist Quatsch. Ich will ja beide haben. So. Nächster Containerhof hier. Hahaha. Wow, what the hell are these for? Da fragst du doch, wofür das ist. Hörp. Das ist eine verdammte fucking Machine, Alter. Hahaha. Aber. Wenn ihr auch das hört, was ich höre, dann klingt das übel, übel. So, als wäre da unter Deck irgendwas los. So, mit größeren... Bösen, bösen Leuten. Äh, explodiert das gleich? Ich hoffe nicht. So. Klatsch, 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 klatsch. So. Da haben wir doch noch einen Container hier. Wo ist denn der? Hier. Komm. Die erste Hure, bitte. Ja. Ja. Die Rhinestone-Z-Guy. Die Rhinestone-Z-Guy. Komm, Baby. Folle die Z. Hahaha. Ja, ihm macht das Spaß, gell? Wenn Z-Mos die Bitches am Start hat, dann... Boah. Dann ist er glücklich, wollte ich gerade sagen. Ich muss mal nachladen hier. Oh. Hey, ich hab doch ausgewichen hier. Du kleiner Penner. Nein. Klatsch. Oh oh. Ich muss jetzt echt mal ausweichen hier. Oh oh. Nein. Nein. Hilfe, Hilfe. Ja. Also, geht doch. Ah, herrje. Da wär ich fast kaputt gewesen. Das sah aber sehr gefährlich aus, was der da gemacht hat. Mit mir. Obwohl ich's mir auch irgendwie gerne angeguckt hab. Haha. Hier. Mit meiner kleinen. Versteh's? Also, nein. So einer bin ich nicht. Ey. Klatsch. Hör mal auf. Vielleicht muss ich hier mal größere Geschütze auffahren. So wie das hier. Ne? Wieso liegt denn sowas hier rum? Quatsch. Quatsch. Pam, pam, pam. Ja. Siehste. Wie gesagt. Wieso liegt denn sowas hier rum, Alter? Und mir sagt keiner was? Hä? Jo. Ja, ich weiß. Ich muss mich bewegen. Guck doch mal. Ich hab's schwer hier. Wann er prender. Wann er prender. Zack, zack, zack. Ja. Das war smooth. Ich weiß. Oder so. Ich will das mal wegwerfen hier. Da sind wieder Mädels drin. I'll keep you safe, sugar. Alles klar. Nein, ich muss doch hier die Dinger öffnen. Mann, Mann. Wo sind denn die? Da ist der nächste Container. Klingt aber nicht so, als wäre hier was drin, oder? Nee. Uh. Ja. Ich, äh. Ich warte ja nur noch auf den Moment, wo ich hier so einen Container aufmache und dann ist da beides drin. So ein crazy Gerät. Ja. Mit einer Hure drauf. Haha. Hm. Hm. Ja. Ganz genau. So. Oh. Oh. Tja, guck mal. So schnell geht das mit ihm. Klatsch. Und die Granate in die Fräse. Hahaha. Mit dem Tritt. Ja, ja. Den Kopf zum Explodieren gebracht. Genauso muss das gehen. Let us out? Ja, wo denn? Let us out. Hör doch mal auf zu kreischen hier. Hör doch mal auf zu kreischen. Hallo, Chicas. Ah. Guck mal. Danke, du kinder Stranger. Steck mit uns. Du bist sicher. Haha. Haha. Wie werfe ich denn das weg hier? Kann ich das nicht fallen lassen? Hallo? Hm. Wahrscheinlich erst, wenn es leer ist oder so. Keine Ahnung. Tja, sieht so aus. So. Hier sind... sind wieder nur... Aircraft? Sagte sie was von Flugzeug hier? Ich höre und sehe aber nichts. Oder ist das hier... dieser Pfeil da von... Was zum... Geier. Viel Spaß. Oh, Jesus. Du wirst dir sagen, hier bist du richtig. Ja. Cowboy und Englischen. Anything but the box. So. They come in for the boat. Yeah, I know. They got some big firepower laying on those platforms on the side. Mhm. Get to North Platform? Ich... Muss ans Telefon. Ich... Ich... I ain't getting too close until it's clear down there. Äh, wer? Das war hier... Wer war'n das? Wie heißt denn er? Äh. Jetzt hab' ich den Namen vergessen. Von Pierce. Genau. Ja, die Englischen. Das Englischen. Geil. Ich liebe dieses Spiel. Tut mir leid. Ich bin halt so pervers, Mann. Genau so muss das sein. So. Laufschlampe. Hier sind die ganzen Chicas alle bei Simos. Ja, so. Aber wahrscheinlich ist diese Kanone hier nur für den jetzt kommenden Fall gewesen. Wahrscheinlich muss ich jetzt gegen irgendwelche Übergegner kämpfen. Und ich hab' hier schön die Moon von dem Teil verballert für irgendwelche... ...für irgendwelches Fußvolk. Ja, sauber. Was? Boot? Boot? Wo? Was? Oh! Hubschrauber! Ha! What the? I can take another one. Klatsch. Oh! Oh! Nicht landen hier! Klatsch! Dich krieg' ich auch noch. Haha! Gesehen? Aircraft Kill. So muss das sein. Freunde der Sonne. Hey! Hat der schon wieder Leute abgeworfen da? Du Mistvieh. Ich erwisch dich trotzdem. So. Was denn? Wo denn? Wo denn? Wer will noch was von mir? Wer hat noch nicht? So. Da hat's was ganz Dickes, oder was? Nee. So einen kleinen Flitzer. Der sich da wohl aus dem Staub machen will hier. Nicht mit uns. So. War's das? Hä? Nee. Oh, was kommt da? Noch mehr? Ihr wollt noch mehr? Jawoll! Oh-oh. Ja! Oh, guck mal. Da! Nein, nein! Sie sind eingestiegen. So ein Mist. Kommt her! Kommt? Na? Ja? Multikill sogar! Guck mal an. Respekt in Diversion C-Maxim. Aha. Wie sie hier steht. So. Get the hell out of there. Watch for Chopper. Okay. Wo? Ah! Guck mal! Meint er ihn oder ihn? Ihn! Ha! Ach nee. Doch, diesen hier. Wofür ist jetzt dieser Helikopter hier? Lock-on zu Vehicle-Targets. Okay. Oh. Ah! Guck mal! Haha. Klatsch! Oh, die... Die Ruhe! Bamms! Oh-oh. Klatsch! 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 Haha. Target locked. Oh! Zieh die mal rauf da! Die Schlampe. Fällt sonst ins Wasser. Wird sonst feucht, müsst ihr sagen. Ich weiß es doch. Mach mal ruhig hier. Schieb mal einen ruhigen. Ja. Ich komm noch nicht so schnell hinterher damit. So. Und jetzt? Keine Gegner mehr in Sicht. Doch, da! Die Sniper! Klauts! Da hinten stehen sie. Oh. Nein. Da haben wir den Pfeiler getroffen. Bamms! So. Aber noch sieht ja das Leben hier. Also. Was? APCs! Haha. Wo denn? Da! Nein! Ich will da hin zielen! Mach doch mal hier eine Drehung! Mann, ey! Ihr verarscht mich doch! Ich könnte ihn ja selbst mal abschießen. Knatsch! 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 Ja. Mach doch mal eine Drehung hier. Pam, pam. Na. Knatsch! Siehste, geht doch. Da ist immer noch einer am Start. Nein! Fast. Hätte ich ihn gehabt. Na, habe ich ihn noch gekriegt? Oder nicht? Oder ja? Oh. Was ist denn? Ich habe etwas, das zu mir gehört hat. Wer der hell bist du? Jemand, der bereit ist, zu bezahlen. Bring die Mädchen zurück zum Morningstar, und ich will dir einen Top-Dollar vorhanden. Ist das es? Oder ist es ein Fertig? Das ist alles, was ich frage. Was war das denn? Die Morningstar möchte, um die Mädchen zu bezahlen. Ich kann nicht mein Ding, wenn ich keine Pussi zu kaufen habe. Das Geld wird schnell kommen, aber du betest, es wird kommen. Hm. Oh mein Gott! Okay. War ja gerade noch mal rechtzeitig. Da war er doch fast kaputt, der Heli. So. Drive to Brother. Oh, zu Saint-Saku. Jetzt muss ich mich entscheiden, oder was? Deliver Host to Morningstar. Lump some cash payout. Oder? Keep Host for the Saints. Increased hourly cash income. Also, Instant Kohle. Oder lieber konstanter, stündlicher Cashflow hier. Hm. Schon wieder so eine Frage aller Fragen. Wir hatten sowas schon mal mit einer Bombe. Und ich habe hier Big Package Shipping. Da stecken die Huren drin. Ja. Aber, Freunde der Sonne, diese Entscheidung fällt mir leicht. Ihr wisst ja, ich stehe auf Titten. Das ist kein Geheimnis. Und deswegen werden wir die schön für uns behalten. Ja. Meine Güte. Lässt sich das schwer rangieren hier, dieses Fahrzeug? So. So. Genau. Oh, ich dachte schon gerade, haben wir uns wieder Helis angegriffen. So. Make us some money, Zee. What the hell are you thinking, Maddie? It just seemed like a waste to lose all those girls. I am the general. I'm the czar. I'm the walking apocalypse. And I make the decisions, not you. My bad, mate. So, what happens now? No, we buckle down. We focus. We don't do a run-in. We hit him with a Montreal Screwdrop. Mhm. Yeah. Yeah. That's it. Now listen up. My esteemed colleagues. The time is now. We have deployed Stagg to Steelport. Was zum Geier? The Hoboat. Haha. Ja. Was zum Geier ist denn Stagg? Keine Ahnung. Mach mal bitte diese Visage da weg. Hier diese Brillenschlange. Das ist Respekt. Bonus, ho-Business. Ein stündliches Einkommen. Geil, geil, geil. So. Ja. Sehr schön. Planet Saints. Zack. Sunset Park, Port, äh, irgendwas. Keine Ahnung. Hm. Schön. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Genau. Neue Missionen verfügbar. Aber nicht mehr jetzt, sondern beim nächsten Mal. Hm. Wie heikel, pfefft's. Ne. Wollen wir nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde. Ja. Und wenn euch das gefallen hat. Und ihr sehen wollt, ob ich diesen Spacken hier in den Kopf schieße oder nicht. Ne, warte, das können wir gerade noch mitnehmen. Batsch. So. Haha. Ruckzuck ist die Fresse blutig. Äh. Ja. Dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es heißt, let's play some Saints Row 3. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Ruckzuck ist die Fresse.